Das scheint sich wirklich nur auf Lenny's geben, zu beschränken. Ich bin müde. Ich kriege die WASD-Steuerung gerade nicht mehr hin. Ich bin wirklich fertig. Wenn man die WASD-Steuerung als Scammer nicht mehr hinkriegt, dann sollte man aufhören. Sollte man Schluss machen. Dann ist es wirklich vorbei. Ja, das Ignorieren des Meltstones, des Reaktormeldstones, macht mich jetzt ein bisschen... Ach du Scheiße. Macht mich jetzt ein bisschen zu Hass. Navigation. Na komm, ich ziehe noch den Task. Ich werde hier nicht mehr gekült. Das ist ja... Jetzt wo ich sage, passiert es gleich wieder, aber... Jetzt geht wieder der Poster. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Als Erster. Achso, hier habe ich noch eine Task. Und er wird rausgewählt. Oh mein Gott, Ultra ist schon wieder vor meinen Augen gewendet. Ne, ne, ne. Was ist denn das hier, Leute? Meine Fresse. Oh mein Ultra. Das kann man doch in keinem Video präsentieren. Das ist doch hier nicht. Das ist... Wie ihr hier... Das ist doch, ich erzähle euch genau, was passiert ist. Und zwar war ich in... Bin ich in Mad Bay rein und Skybreaker ist... Ist wahrscheinlich von Electrical in Mad Bay gewendet. Ja, sicher. Lass mich ausreden, lass mich ausreden, lass mich ausreden. Dann wollte ich zum Tisch gehen, dann hat er die Tür zugemacht. Dann dachte ich mir, bevor ich sterbe, gehe ich in die andere Richtung. Und hatte da beide Türen zugemacht, um dann zu... Zu Ding reinzugehen und den Topf zu... Das könnt ihr mir glauben oder nicht, aber es ist... Hübsche Story. Einfach zweimal, Junge. Zweimal die Post auf zwei auf den Augenwänden, Alter. Also das mit den Türen stimmt, aber... Also die wurden wirklich zugemacht. Ultra... Ich habe jetzt... Weil er verhindert hat. Ich habe jetzt gerade meinen... Die Sache ist, wahrscheinlich hat Ultra in Electric oder so gekillt. Und wollte dann nicht, dass ich zum Dings-Button komme. Das verstehe ich jetzt nicht. Der wurde jetzt an Ultra weitergegeben. Das ist... Ich bin jetzt... Im nächsten... Nee, Stream ist dann Ultra, der Pechvogel. Das ist dann... Ich habe eine Tarsel-Admin. Der Poste blockiert hier an der Türen. Und wendet gleich wieder. Ach... Ich bin zu müde für diese Task. Irgendjemand hat sich hier nicht gemütet. Der Herkopf schmatzt ins Mikrofon. Nachher noch ein bisschen... Nachziehen. Elektrical beim Venn. Okay, wait. Wer war in den Camps? Ich. Also ich war bei... Bei Storage. Nee, aber wir waren... Ich nenne mir. Irgendwas. Okay, ich glaube... Maren ist safe, weil die waren... Die ganze Zeit an die Camps. Hm. Also wo in... Electrical? Wo lag die da? Beim Venn. Also ganz hinten... Beim Venn. Ganz innen drunnen. Äh, okay. Maren hast du... Ach nee. Wait, doch. Das Fenster ist ja nicht ganz. Hast du ein Venn in... Ähm... Ich hab den Venn aufgehen sehen? Es gibt einen Venn... Nein, ich hab dann nur auf die Kameras geschaut und ich hab mich gewundert, wie lange du in Navigation brauchst. Wartet, Leute, es gibt einen... Vielleicht bist du gewendet, aber... Es gibt einen Venn, es gibt aber einen Venn von Security nach Electrical. Das heißt, sie kann in Electrical gestanden haben, getötet haben und zur Kamera zurückgegangen sein. Äh, seien das ist gar keine Ursache. Ja, aber die Kameras waren die ganze Zeit an. Ich hab... Ich hab gesehen, dass die Kameras an waren, als ich in Admin war. Dann bin ich nämlich über Weapons, hab da Download gemacht. Äh... Gesehen... Bei Nav, dass sie immer noch an sind. Also da muss das wirklich perfekt getimt gewesen sein. Äh... Was Maren aber, glaub ich, nicht hätte mit einberechnen können. Also ich glaub nicht, dass die... Dass die da gewendet ist. Also es gibt VOT, oder was? Nein. Wir müssen VOTen. W-w-w-wait, nein, wir haben Ultra raus. Ja, stimmt, wir können wieder sind. W-w-w-w in VOTen. Wir brauchen niemanden VOTen, wir haben Ultra raus. Der ist gewendet. Ah, stimmt. Hm. Wir können... Ja, einfach skippen. Können wir skippen. Sind nicht zwei gestorben, die Runde? Gelb, du musst nach oben. Ich weiß. Wir würden eh alles skippen. Einat. Einat. No one was ejected. Skipp. Skipp, skipp, skipp. Ja, ja, ich komm jetzt auch wieder. Das ist, ja... Das klang für mich gerade lustig. Es erspielt. Das ist jetzt nachländisches Stream. Ja, ich bin schon im nächsten Stream drin. Das kippt für gewöhnlich. Bis ewig. Warum habe ich dort ein... Ja, egal. Das habe ich meiner Meinung nach schon erledigt. Elektriker. Und dann gehen wir mal rein. Let's go. Weiß und grün. Weiß und grün. Weiß und grün. Ich habe die Story halt komplett umgedreht. Du wärst durchgelaufen. Du wärst durchgelaufen. Du hättest es geschafft wahrscheinlich. Ja, aber er hätte trotzdem Aussage gegen Aussage. Das wäre wurscht gewesen. Ja, das meinte ich ja auch, armer Ultradur. Das hat nicht... Und dann bin ich ja genau mal kürt. Nächste Runde. Da dachte ich mir, dann schmeißt du mich trotzdem raus. Hörst du euch. Hatten wir Boats eigentlich jetzt an, anonymen Boats? Ja, sind an. Okay, okay. Ja, definitiv. Und ich bin wieder Crewmate. Aber ich sterbe nicht als erstes. Es ist doch hier gerade. Es ist doch sehr gut. Es läuft. Zufriedenstellend. Gar nicht so schlecht. Und die Runden gehen auch. Ich glaube, ich sterbe als erstes. Ich glaube, ich sterbe hier als erstes. Okay. Schwarz. Nee, das Pech ist wieder zurück. Schwarz hat vor meiner Nase. Und zwar, glaube ich, war das hellgrün vor meiner Nase. Kein Klaus von der Nase. Nein, das war schwarz. Soll ich es sagen? Warte mal, warte mal, warte mal, lass mich kurz reden. Wer war bei mir, glaube ich, äh, Ultra? Ultra, du warst doch bei mir. Hä, du warst vor meiner Nase. Ich warst, hä? Ich habe die... Ich warst, hä, ich warst gar nicht. Leute, mach mal einer nach dem anderen. So, Ultra, was hast du gesehen? Also, ich habe einen kleinen Kegel, ich weiß. Aber das hat der Grün schlecht gemacht. Braucht dann genau neben mir. Grün hat dann vor meiner Nase braun gekillt. Ich habe den Spritzsaft vor meiner Nase gekillt, wenn es da eigentlich geht. Okay, wait, also gut, das kann man nicht, was in Ordnung hat. Ich wollte erst mal fragen, ey, ey, ey. Wait, Ultra, Ultra. Oh, ich danke. Jetzt weiß ich schon, wo was zu tötet hat. Ich weiß nicht, warum es zu tötet hat. Jetzt, ich weiß nicht, warum... Oh, no, no. Vielleicht war es einfach ein Double Kill. Wait, wo wurde jetzt gekillt? Und in der Nase, ich sage es nicht, warum dieses Kreuz, warum dieses Kreuz gemacht wird. Ja, okay, aber es sind zwei Leute tot, oder nicht? Halt mich nicht, weil so nichts, weil... Ja, ich weiß nicht, weil es war... Äh, 0, äh, Dingenscape, war das, oder? Ich weiß nicht, aber Ultra hat jetzt von Braun geredet und... ...Güsenberger... Ja, keine Ahnung, ich kann auch... ...hat gelt reported, also schätze ich mal, dass es ein Double Kill war. es kann auch sein das Schaden auch erhältlich geführt worden ist und der Standeber mehr kann nämlich auch sein gut wie gut er wird wird auch nicht gesehen aber dann auf jeden Fall war er habe ich habe auch auch ich habe auch vorher noch die anderen Tasks gemacht die Prozent ein drüber also die mit diesen Prozent verbinden der Klinik auch so ich habe es genau gesehen da war der Mann mit der Karte auch ein Jahr ist Prozent der Stand noch bei Weapons Marek 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 und ganz kurz das ist perfekt weil haben wir müssen weiter dass wir in der kurzen Zeit das heißt wir sind komplett hoffn ich wohne die Gäste machen Arno und ich sind der Stadt ist überhaupt sein aber haben schwarzen der Wälder wir waren doch nicht ich habe es genau gesehen ich könnte auch gewesen sein warum mal war er ist es schweiz ich hätte gesagt es gibt mir jetzt erstmal behalten bei dem auge weises aussage gegen aussage jacob warst du in storage okay ich hab grün ist die gewohntes so weiter geht's da mache ich meine task ganz in der ruhe wurde wieder am anfang gekillt das geht wieder los ich habe leider den stream von den jetzt nicht die runde wo ich mit dabei war heute nicht mit aufgenommen dachte ich mir das ist nicht so ich habe genug parts 9 parts habe ich jetzt aus dem ersten stream wo ich mit dabei war und gehabt da kam jetzt die namensgebung vom vom lenny es ist halt voll bescheuert aber no joke ich war in erst in medbay so ich habe also erst mal ganz genau die war unten im lauer engine die leise skybreaker wir kamen auf jeden fall auch schwarz entgegen so und ich müsste auf jeden fall zwei glaube ich in reaktor gesehen haben aber mit dabei auch vorher aber da war keiner leider aber ich habe ich will auf jeden fall noch die scantar ist egal wer hat denn imgad auf käse überhaupt gebotet der ultra und noch jemand ich habe grün gewohntet ich wähle den jetzt jede runde bis er raus könnte auch sein dass ultra und schwarz zusammen imposter sind und dass es müssen lungener double kill war bei der eine andere imposter dachte dass der andere imposter auch noch sein kippe oder nicht ich wollte mich auch an die menschen ist eigentlich schon dazu aufgerufen hatte zu skippen einfach und dass dann wie sie dann die wurst abbekommt spricht ja eigentlich dann eher nicht dafür dass die sie im poster sein also ist also ich habe mein wort schon abgegeben bevor überhaupt greife ja das gesagt habe ich habe das gleich als erstes ich denke da wird jeder runde machen dass sie ist halt ich irgendwann habe ich noch nicht scantar muss gucken weiß ich nicht kommt bitte gleich dann könnte sehen dass ich eigentlich auf jeden fall ich glaube wirklich das größer und schwarz ist oder das ist eigentlich ein double kill werden sollte auch wieder zwei firmen dieselben weiß aber nicht und dann weiß es nicht das ist ja ja es wird ja verboten ich hatte auch schon mal hier alle vier vier das gibt es auch mal das ist schlimm sollte behoben werden jung da ist das nicht hinausgegangen ich will nicht fixen ich will ich wollte emergency button machen er war safe ganz kurz damit muss es ja zu 100 prozent ultra sein und wahrscheinlich auch schwarz bei ultra hat ja gesagt und das hellgrün in gekillt hat aber wenn hellgrün jetzt kumel das würde es ja heißen dass ultra mit der ist und schwarze noch einer gewinnt man kann auch das andere wir waren hier den mädchen ich glaube dass er ich glaube dann auch ultra oder schwarz einer machen wir ne warte mal warte mal warte 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 also ich war auch im mädchen ich bin auch vor hellgrün rausgegangen schon weil ich im heute zu baten drücken wollte weil ich gesehen habe da stand waiting vor und ich meine beide müsste es sein ich meine was das verstehen wir eigentlich nur ja ich würde vorschlagen ja zuerst und danach schwarz man kann auch den imposter töten so von wegen ich bin unschuldig ich bin tot naja muss nicht sein kann auch den anderen poster in einem poster getötet haben der eine den anderen sehr schön dass die jetzt hier ein muster drauf haben für die farben blenden ich habe was sagen wird hier lenni lenni der hat der der den der tier das was jetzt hinten dran steht hinter dem hinter dem pipe ja das ist gut ich würde vorschlagen jetzt schwarz roten ja ja finde ich gut endlich schon läuft hier nicht gerade hinterher gut dann wollte er dich wahrscheinlich kennen der killkutung wäre noch fünf sekunden gewesen das ding kam von ihm ich habe einfach meine tasse fertig und der tale of smaggy kam von bennig also ich habe meine tasse alles nur geklappt alles kann ich meine ich habe noch eine tasse so ist es nicht hat mir denn erlaubt ja ich auch ja guck ist ja nur ein wort spielen und schwarz ist raus auch mann das hört sich ja was das jetzt er verspricht einfach nicht das finde ich sehr gemein irgendjemand muss da ja gut der ist not der ist noch einen imposter an mann was ich mache weiter meine tasks gestern mit allen tasks allerdings damit wir keine chance haben zu gewinnen cafeteria electric habe ich da noch übrig ich dachte gerade perfekt war es aber nee so dass nur alle haben kann ich eh nicht helfen ich muss die tarts kennen die mal fertig kriegen wird wahrscheinlich schon vorher abgebrochen wieder hm diesmal nicht so ja ich schätze mir nicht knapp tanken sehr gut aber engine nicht nicht ach die habe ich mal wieder zu abwechslung vor allem holy shit oh man dann war ultra einfach nur lost ja 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 ich ja 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 ich bin jetzt mal raus ich muss mich verabschieden alles klar ja ja Gute Nacht, ich muss mir jetzt mal raus, ich verabschiede mich hier, bis dann und tschau, bis das nächste Mal bei der NFK jetzt im Stream, vielleicht, oder mit Skybreaker. Untertitelung des ZDF, 2020